Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. So, da im letzten Part sehr viele Level von euch gespielt wurden, dachte ich mir, komm, spielt jetzt einfach mal nur Level von irgendwelchen Leuten, also ganz random und nicht jetzt speziell die Level, die für mich gemacht wurden. Und mal gucken, was erwartet uns hier. Ach du heilige. Was ist das denn? Achso, ich soll mich wohl loslassen. Moment. Hui. Yay. Hui. Und wohin? Bad. Medium. Ah, okay. Bisschen Geduld. Timmy sterben lassen und... Oh. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen länger warten. Mal gucken. Mal gucken. Oh. Sogar noch schlechter als Bad. Oh. Gut. Wir warten jetzt erstmal, bis ein bisschen Geschwindigkeit... Oh. Angenommen wird. Und... Sollte jetzt reichen. Na, verdammt. Kann ich hier nicht irgendwie nachhelfen? Nee. Das gilt nicht. Das war auch wieder viel zu weit nach oben. So im Gefühl. Was macht er denn da mit seinem Arm? Really bad. Ja. Ich steigere mich ja, ne? Oh. Der arme Timmy. Bisschen warten. Bisschen warten. Bisschen warten. Ah, verdammt. Das kann's doch nicht sein. Hey. Oh. Sogar noch mit Timmy. Ja. Chuck Norris. Legend. Timmy? Ach, Timmy ist bei mir. Ich hab Timmy mitgenommen. Ja. Aber seht ihr, Leute. Je tiefer ihr... Ähm... Loslasst, desto besser im Prinzip. So. Probieren wir es nochmal aus. Na, verdammte Kacke. Dass man dann immer so lange warten muss. Oh. Bisschen warten noch. Bisschen warten noch. Ui. Ja. Nee, ich glaub, das war nicht so toll. Chuck Norris. Ja. Da kommt bestimmt noch irgendwas. Also, ich glaub nicht, dass bei Legend schon Schluss ist. Ich würd's jetzt echt gerne erforschen, aber das ist, äh... Nee. Zu öde für einen Part. Ah, dat war knapp. Dat war sehr knapp. Mal gucken. Ja. Wenn er da runterrutschen... Ich lebe noch. Ja. Soll ich deine Hand nehmen? Ja, genau. Schubst die lieber mal weg, ey. Ich schaff das. Ich schaff das. Das ist jetzt hier wie bei Saw 1. Wo der Typ noch wegkrabbelt, obwohl er sich das Bein abgesägt hat. Oh, ich schaff das. Ich schaff das noch. Ich werd's schaffen. Oh. Und Salto. Und. Nein. Alter. Guck mal, der wollte sich... Der wollte sich ganz... Reiß dir dein eigenes Bein raus. Ah, los. Sollst du dir dein Bein ausreißen, Mann. Ah, das tut so weh. Ah, scheiße. Jetzt reiß dir dein eigenes Bein raus. Oh, okay. Aber war ganz nett. Jetzt nicht unbedingt der Tollste, aber doch schon ganz nett. Und dafür bekommst du vier Sterne. Stop. Fake Glitch. Was? Rate 0. Auch geil. Hallo? Ah. Ah. Und. Schaff ich's? No, nee, komm. Dutch muss ich mir nicht antun. Stop it. War da nicht grad schon drin hier? Warte mal. Downhill Express. Epic Bike Run. Epic... Nein, Epic Bike Run. Okay. Gehen wir da mal rein. Top 8. Na. Alter. Wow. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Alter. 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 Wie soll ich das denn schaffen? Wie krass. Wie krass. Ja. Sehr geil. Direkt tot. Oh, verdammt. Arme kleine Timmy. Aber geht schon ab. Geht schon ab. Boah. Richtig übertrieben. Das ist ein brutales Level, man. Das kann ich euch sagen. Oh. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Aber ich, ich, ich reiz nicht. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich verstehe es nicht. Wow. Oh, verdammt. Ich, ich probiere es einfach so, indem ich auf einem Rad fahre. Ne, ne. Da bin ich viel zu sehr nach hinten gerichtet. Und die Teile kriege ich so oder so. Ja, toll. Und wenn du mich nach vorne beugt, dann, dann bekommen sie immer meinen Kopf, ey. Das kann doch auch nicht sein. Alter. Ja, 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 nein. Alter, verpiss dich. Ja. Winning. Ja, bekommst auch vier Sterne. Mal, mal richtiger Druck war das, Mann. Da hab ich mal richtigen Druck verspürt. Ich glaub, ich muss auf Toilette. So, ähm. The Keeper. Okay. Hä? Hä? Nein. Nein. Okay, ich bin echt schlecht. Nein. Hä? Ja, ja, toll. Ich kann ja noch nicht mal nach vorne oder nach... Party, Party, Party. Super. Nein. Nein. Tor. Ich mein, ist schon ganz nett und... Aber irgendwie zu wenig. Ich weiß, es ist einfach zu wenig. Tut mir leid. Ganz nett, aber zu wenig. Wie gesagt. Hallo? Du kannst mal hinermachen. Was ist denn los mit dir? Okay. Ähm. This is Happy Wheels. Schwarzer Remix. So, und jemand meinte, ich soll doch einfach mal öfter den Schwarzen spielen. Okay, mach ich. Hey, guys. This is a level of Happy Wheels is becoming. What? Komisches Englisch. Egal. Einfach durchfahren. Hä? Okay. Okay. Keine Ahnung, was da gerade stand. Damit will ich mich jetzt auch nicht beschäftigen in dem Let's Play hier. Ich bewerte es einfach mal nicht, weil ich keine Ahnung habe, was da eben zu bedeuten hatte. Ähm. Rainbow Meteor Dash. Okay. Mit dem Weihnachtsmann. Wenn der jetzt wieder stirbt. Also nochmal beleben kann ich ihn nicht. Ach, das kennen wir doch. Das kennen wir, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, cool. Los. Fahr über deine Menschen. Deine, deine, deine Gefährten. Deine Feen. Deine, keine Ahnung was. Ja, nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Da, 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 da. Naja. Naja. Weil es nicht wirklich toll, ne? Aber trotzdem mal drei. Weil das vielleicht doch ein bisschen Arbeit gewesen ist, die ganze Plattform da hin zu klatschen. Und. Grab that rocket. Okay. Versuche ich. Ach so. Lol. 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 Bam. Was? Nochmal. Und. Nein. Alter. Ja. Wie soll ich dat denn überleben? Oh. Lol. Lol. Wisst ihr wat? Im Prinzip, äh, müsste ich dat nur festhalten. Ja. Haha. Und ich explodier trotzdem direkt. Wie krass ist dat denn? Nein. Oh. Ich schaff dat. Ich überleb dat. Oh. Wie soll ich dat denn machen? Geht gar nicht. Das ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ja, ja. Oh, Legend. Oh. Aber es geht. Es geht. Ja, klar. Warte. Ich schaff dat. Platz. Und. Yeah, Noob. Oh. Lebe ich noch? Ich leb noch. Dadadadadadadam. Ich lebe noch. Cool. Und Breakdance. Uah. Dadadadadadada. Und auf dem Kopf Breakdance. Komm. Das schaffst du. So wie gerade. Boah. Der kann sich sogar noch richtig fortbewegen, der Typ. Ich komm wieder zum Anfang. Cool. Komm. Wir schaffen dat gemeinsam. Ja, komm. Du schaffst dat. Und. Ja, verdammt ey. Obwohl. Es geht. Es geht. Nein, nein. Oh. Und nochmal. Hui. Wie ich noch nicht mal. Ich hab recht früh losgelassen, Leute. Und ich konnte noch nicht mal mehr weg. Ja, toll. Keine Ahnung. Es geht, aber. Da muss man wirklich sehr viel Glück haben. Lol. Ich hab mich ja bodenfest gehalten an Schatt an dem Teil. Warte mal. Machen wir. Schade. Nochmal. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich will's schaffen, Leute. Ich will's schaffen. Ja, so knapp, ey. Was ist das bitte für ne krasse Wucht? Ne. Also, ich mein, jetzt sind zwar mehr Teile übrig als eben, aber. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Excel-Tour-Menü und. Drainbow Z. DZ. Ne. Kill your boss. Hab ich auch mal let's flasht. Kill your boss. Wie ist das so? Du bist gefeuert. And you died. Hä? Ah. Ohoho. Hä? Hä? Ah. Naja. Nicht wirklich berauschend. Pro Neon Robeswing. Kenn ich bestimmt schon. Sag mir jetzt vom Titel auch irgendwie was. Ja. Oder? Es sieht immer alles zugleich aus, Leute. Ich weiß es nicht. Hallo? Ach, komm nochmal. Na, verdammt. Hey. Und. Rutsch weiter. Rutsch weiter. Genau. Oh. Ah. Fußbälle nehmen. Und bam. Winner. Haha. Cool. Nein. Alter. Wiggle down. Was? Oh. Oh, verdammt. Hauptsache nochmal den Kopf gebrochen. Ja, war ganz nett. Aber immer so kurz. Warum sind die Level so kurz? Warum macht er das denn? Egal. Egal. Ein Level. Nein. Ich wollte es doch gar nicht zu den Favoriten speichern. Ein Level nehmen wir auf jeden Fall noch. In Kauf. Robeswing 2. Kenn ich das? Wie gesagt, es sieht immer so gleich aus. Es ist so schlimm. Alter. Oh. Und. 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 Halt dich fest. Wow. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Hui. Hey. Und. Lol. Was war das denn? Warum? Warum? Hey. Oh. Oh. Gott. Oh. Ich glaube, mein Arm hängt da fest. Ja. Mein Arm. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und. Ja. 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 Warum hältst du dich denn nicht fest? Du Trottel. Du Trottel. Hui. Oh Gott. Oh Gott. Warum hält er sich nie richtig fest? Ich verstehe es nicht. Und. Nein. 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 No. Toll. Hängt mein Kopf im Seil fest. Das ist realistisch. Und. Hui. Boah. Voll weit. Nein. Nein. Ich will nicht weg. Ich will nicht weg. Oh 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 oh. Wir sind ein Affe. Ich weiß nicht. Damn it. Scheiße man. Jetzt vielleicht. Oh. Halt dich fest. Und. Beine anziehen. Und fallen lassen. Festhalten. Und Beine anziehen. Oh. Oh Gott. Beine gebrochen. Willkenning. Ja. Ja. War ganz nett. War ganz nett. Gut Leute. Ich würde sagen. Wir sehen uns beim nächsten Park. Von Happy Wheels. Wenn ihr mehr sehen wollt. Besucht einfach den Kanal. Dafür einfach. Auf. Oben. Beim Video Player. Steht. Neben Abonnieren. Irgend. Was steht der? Was habe ich denn nochmal als Banner? Was habe ich denn nochmal als? Da steht German Let's Play. glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht. Und da können da draufklicken. Glaube ich. Naja. Ihr wisst schon. Bis. Dann. Tschüss. Ja.